Geschrieben von Jens Brothagen am 14. Juli 2024 Beihilfe zum Betrug Verivox vermitteln weiterhin Kunden an Elektrizität Berlin, obwohl sie bereits von zahllosen Kunden, auf den massenweise dort stattfindenden Betrug hingewiesen wurden. Ich habe sowohl gegen ELVB als auch gegen Verivox Strafanzeige, wegen Betrug bzw. Beihilfe dazu, bei der Staatsanwaltschaft Berlin erstattet. Datum der Erfahrung 14. Juli 2024 Wir kümmern uns um die Kündigung Ihres derzeitigen Vertrages und leiten den Wechsel für Sie ein. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden einen Laufzeitwechselüberwachungsservice an, um sicherzustellen, dass Sie nie wieder Gefahr laufen, überteuerten Strom zu beziehen. Testen Sie unseren Service, es kostet Sie weniger als eine Minute Ihrer Zeit. Weitere Erfahrungsberichte von verschiedenen Vergleichsportalen können auf top-produkt.de-Vorsicht angesehen werden. Testen Sie uns! Unverbindlich! Testen Sie uns! 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 Untertitelung des ZDF, 2020